Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Klartext-Video. Ich habe gefühlt Ewigkeiten kein Klartext-Video mehr gemacht, wer das Prinzip nicht kennt. Ich mache ja sehr viele medizinische Videos, wo ich mich sehr viel an Fakten halten muss und alles ganz neutral erklären muss. Und dem Klartext geht es wirklich um Klartext. Meistens picke ich mir da ein medizinisches Thema raus und rede unbefangen darüber meine eigene Meinung. Und meistens hole ich mir auch noch jemanden dazu, der gerade eventuell betroffen ist von diesem Thema und der dann auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann. Ich habe schon einige Klartext-Videos gemacht, blende ich euch hier überall ein und verlinke euch entsprechende Videos auch unten in der Kommentare-Box. Heute ist das Klartext-Thema Beckenendlage, das heißt, wenn das Kind mit dem Popo nach unten liegt anstelle des Kopfes. Da gibt es auch schon von mir ein Video, wo ich das medizinisch und neutral erkläre, was das ist, wie man da vorgeht, was es für Entbindungsmöglichkeiten gibt, wie man es vielleicht auch drehen kann von selbst. Dazu gibt es ein medizinisches Video, auch das blende ich euch hier ein und der Link, den gibt es auch wieder unten in den Kommentaren. Aber heute habe ich mir jemanden dazu eingeladen, seine Ängste und Sorgen in Bezug auf Beckenendlage zu schildern und mich ein bisschen mit Fragen zu löchern. Denn es ist natürlich schon etwas, wenn man das dann zum ersten Mal hört, ist man vielleicht noch etwas entspannter. Aber wenn dann die Wochen voranschreiten und man kommt dem Entbindungstermin näher, dann steigen auch so ein paar Ängste, Sorgen und Gedanken. Was mache ich denn jetzt eigentlich? Und diese Ängste und Sorgen, die hat die liebe Christine Nedler. Ihr werdet sie vielleicht kennen, wer sie noch nicht kennt. Auch hier blende ich euch den Instagram-Account einmal ein. Sie hat einen eigenen Blog, sie ist Travelblogger und das ist so ein Account, wo ich sowas von neidisch bin, wenn ich da die Bilder immer sehe. Denn sie hat einen wirklich, wirklich sehr schönen und ansehnlichen Blog. Und ich bin jedes Mal wirklich neidisch, wenn sie wieder irgendwo unterwegs war und dort schöne Bilder postet. Jetzt ist sie aber auch zusätzlich noch schwanger und hat eine Beckenendlage und deswegen sind die Sorgen sehr groß. Und ich bin total froh, dass sie sich bereit erklärt hat, mich zu löchern mit Fragen. Und wir schießen einmal los. Willkommen, Christine. Ja, hallo und danke Konstantin, dass ich dich nochmal mit meinen Fragen löchern darf. Dürfte ich ja schon mal zum Thema Angst in der Schwangerschaft. Und heute geht es ja um meine Beckenendlage. Ich denke ja, dass das einen Sinn hat irgendwie und dass es halt irgendeinen Grund hat, dass das Kind noch falsch rumliegt. Und frage mich, ob ich überhaupt diese Drehung machen lassen soll. Wie geht man an so eine Entscheidung ran? Das ist natürlich eine Frage, die sich alle Frauen früher oder später dann bei einer Beckenendlage auch stellen. Soll ich denn überhaupt da was machen? Soll ich das Kind dann irgendwie dazu bewegen, sich zu drehen? Ob es jetzt die indische Brücke am Anfang ist oder dann doch jetzt wie bei dir die äußere Wendung. Soll ich es überhaupt? Ist doch eigentlich naturgewollt. Das Kind hat sich irgendwie so entschieden, sich so in meinem Bauch zu positionieren. Warum sollte ich da jetzt irgendwie von außen was forcieren? Und das kann man sich natürlich stellen. Und oft gibt es auch Gründe, warum so ein Kind in Beckenendlage liegt. Das sind auch meistens die Kinder, die sich eben nicht gut drehen lassen von der äußeren Wendung her. Aber wenn man diese Frage sein Leben lang weiterstellt, soll ich in etwas eingreifen, was eigentlich naturgewollt ist, wird es schwierig. Denn wenn ich jetzt eine Mittelohrentzündung habe und ich habe hohes Fieber, nehme ich dann die Paracetamol und senke ich mein Fieber, nehme ich Antibiotika oder sage ich, hey, das ist ja naturgewollt. Mein Körper braucht das Fieber, um das Immunsystem zu stärken. Also wenn ich damit sagen will, diese Frage muss sich jeder für sich selbst beantworten und selbst entscheiden, ob man das möchte, das Risiko, was es auch bei einer äußeren Wendung zum Beispiel gibt, einzugehen, um das Kind eben in eine Schädellage zu drehen. Und warum eigentlich Schädellage? Weil es eben das Hauptgeschäft ist von allen Geburtshelfern. Ob es jetzt in der Klinik ist, im Geburtshaus, zu Hause mit der Hebamme. Das ist eben was, was häufig vorkommt, was man oft gemacht hat. Und eine Beckenendlage, das ist natürlich immer so ein bisschen spitzfindiger, da ist alles ein bisschen angespannter und deswegen möchte man natürlich lieber haben, dass das Kind in einer Schädellage liegt. Bei mir ist jetzt der Fall, dass das Kind schon mal richtig rum lag und dass die Nabelschnur auch nicht um den Hals liegt und dass man schon bei der Vorbesprechung für die äußere Drehung gemerkt hat, dass das Kind wohl recht kooperativ ist und ich deswegen diese Drehung auch machen lassen möchte. Jetzt ist halt die Frage, wie sieht man denn danach aus? Also ich habe von Leuten gehört, die dann blitzeblau am Bauch waren und nur mit Kühlakkus rumgelaufen sind. Ich habe ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst, dass ich da jetzt doch noch Dehnungsstreifen bekomme. Ich habe das die ganze Schwangerschaft verhindern können. Und ja, was sind deine Erfahrungen dazu? Erstmal ist es extrem wichtig und hilfreich, so wie du gesagt hast, zu gucken, ob das Kind überhaupt kooperativ ist. Das heißt, ob das Popöchen da relativ mobil ist im Becken oder ob das schon richtig fest aufgepfropft ist, weil man eben dann die Wahrscheinlichkeit ein bisschen ableiten kann, ob es klappt oder nicht klappt. Von den blauen Flecken und von den Dehnungsstreifen her ist das so ein bisschen individuell, denn es ist auch so ein bisschen genetisch veranlagt, ob du jetzt eine Blutungsneigung hast. Denn ein blauer Fleck ist ja nichts anderes als eine kleine Einblutung in der Haut und wenn du dich stößt irgendwo am Türrahmen, da schon einen mega blauen Fleck immer davon trägst, kann es natürlich sein, dass du bei einer äußeren Wendung auch mal einen blauen Fleck hast. In der Regel wird da keine Gewalt in dem Sinne angewandt. Da wird schon ordentlich gedrückt, das ist auch echt unangenehm, gerade auf einem schwangeren Bauch ist das unangenehm und das kann auch dazu führen, weil man eben solche leichten Schiebebewegungen macht, dass man da kleinste Gefäße in der Haut verletzt. Das heißt, es kann dazu kommen, dass man blaue Flecken hat, wenn das Kind dann in der Schädellage ist und alles ist gut, ist das das kleinere Übel. Dehnungsstreifen, da kann man viele Öle schmieren und tun und machen, ist auch sehr, sehr genetisch bedingt, was du für eine Haut hast, ob die sehr elastisch ist oder ob die halt sehr, sehr schnell einreißt. In der Regel lässt sich das von außen gar nicht so sehr beeinflussen und vor allem die Wendung hat damit eigentlich am allerwenigsten zu tun. Da brauchst du keine Angst haben, dass jetzt durch das Drücken irgendwie da Dehnungsstreifen verursacht werden. Das ist nicht der Fall und man kann viel schmieren, man kann Öle draufklatschen, was man möchte. Es kann nur helfen, es kann nicht schaden, aber unterm Strich ist es auch eine ganz große genetische Komponente. Magst du vielleicht nochmal so ein bisschen Pro und Contra zur äußeren Drehung sagen? Ich denke, das ist auch in jedem Krankenhaus ein bisschen anders. Also ich gehe in ein Krankenhaus, wo das Kind auch nur bis zur Hälfte gedreht wird und dann zum Beispiel selbst entscheiden kann, ob es den letzten Purzelbaum machen möchte. Wie ist das bei euch? Pro und Contra ist relativ schnell abgehakt. Pro ist natürlich, dass man durch wenig invasiven Eingreifen ein Kind dazu bewegen kann, sich nochmal in eine Schädellage zu drehen. Und alles darauf folgende eben, dass man das Risiko einer Beckenendlage zum Beispiel ein bisschen minimiert, dass man den Kaiserschnitt umgeht, ist natürlich ein absoluter Pro-Punkt. Und der Kontrapunkt ist natürlich, dass man da in einer Klinik sein muss, dass man eben auch da ein Medikament bekommt, zum Beispiel so eine Wehenhemmung bekommt. Das ist im Worst Case dazu führen kann, dass man einen Notkaiserschnitt hat. Wenn jetzt das TTG wirklich schlecht wird bei so einer äußeren Wendung, dann ist man da sehr, sehr schnell. Und dann muss man das Kind eben auch ein bisschen früher holen, als es eigentlich geplant war. Das ist auf jeden Fall auf der Kontra-Seite. Also in der Regel ist das eine super Sache, dass man das Kind eben nur zur Hälfte oder zu drei Viertel dreht und dann guckt, hat es eben die Tendenz, noch den letzten Schwung selber zu machen oder flutscht das alles wieder zurück. Wir machen das ähnlich, beziehungsweise wir machen so ein bisschen nach Gefühl. Also bei uns zum Beispiel, meiner Frau war das ja auch, wir haben auch eine äußere Wendung hinter uns. Und da kam der Popo auch super schon aus dem Becken raus und dann hat das Köpfchen auch schon einen halben Purzelbaum gemacht und lag dann für den Moment so in Querlage. Und dann hat die Oberärztin einfach nochmal so einen ganz leichten Druck gegeben und dann ist es wirklich wie so ein Glockenturm, einmal rup, nach unten gerutscht. Also war so ein bisschen ähnlich, nur dass man da so ein Schwüngchen noch nachgeholfen hätte. Sonst wäre das wahrscheinlich in der Querlage liegen geblieben und das will man natürlich auch nicht. Ja, das ist so Pro und Contra von einer äußeren Wendung. Es ist natürlich etwas, wo man so ein bisschen Bammel vorhat, das ist auch ganz klar. Aber was extrem viel Bammel nehmen kann, denn wenn es klappt, das wirst du vielleicht dann auch erfahren, ist die Euphorie einfach riesig. Man fühlt sich unglaublich, als ob ein Riesenstein vom Herzen gefallen ist, nur weil das Kind jetzt in der Schädellage liegt. Also das ist, glaube ich, dann schon unterm Strich das Argument, was auf der Pro-Seite dann steht. Ich habe natürlich auch eine Million Sachen gemacht und Tipps befolgt, die mir gegeben wurden, sind, wie man es schaffen könnte, das Kind von selbst zu drehen, also ohne äußere Anwendung. Es war wirklich verrückt, was ich alles gemacht habe. Ich war bei der Akupunktur, Moxen nennt man das, ich war beim Osteopathen, ich habe einen Handstand im Wasser gemacht. Ich saß jeden Abend im Vierfüßlerstand vorm Fernseher und habe mir eine Taschenlampe zwischen die Beine gehalten, weil ja angeblich das Kind Richtung Licht wandert. Ich habe mir kein Glöckchen in die Unterhose gehängt, weil das Kind angeblich auch Richtung Geräusch wandert. Mein Freund hat mit dem Baby geredet, damit der Young-Anteil auch da ist. Man sagt ja, der Young- und Young-Mann und Frau und es gibt die Theorie, dass das Kind auch falsch rumliegt, wenn der Partner, der Young-Anteil zu wenig ist. Und, 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 die Indische Brücke hat bis zum Erbrechen gemacht und Kopfstand und sonstiges hat nichts geholfen. Ja, inwiefern kann man das überhaupt selbst beeinflussen oder ist es einfach so, das Baby macht, was es will? Ganz unterm Strich macht das Baby, was es will. Es gibt so ein paar Dinge, die definitiv unterstützend wirken können. Ich muss deswegen so schmunzeln, weil man ja wirklich alle Register zieht, oder? Also es ist einem dann auch egal, selbst ich als Schulmediziner, wir haben alles auch gemacht hier, um dieses Kind zu drehen. Wir haben uns Hörbücher angehört, was weiß ich, und sind in uns gegangen, haben meditiert fast. Man zieht dann doch jedes Register und das ist auch völlig in Ordnung, solange es eben nicht schadet. Erwiesenermaßen ist die Indische Brücke das Mittel, was wirklich sehr, sehr gut helfen kann. Das ist sogar per Studien erwiesen. Der Rest ist alles so ein bisschen, ja, hokus pokus. Aber, mein Gott, das Problem ist ja auch, dass wenn sich das Kind dann dreht, irgendwann, vielleicht auch von selbst. Und man hat aber vorher alles gemacht. Ihr habt dann hier im Wasser euren Kopfstand gemacht und auf einmal einen Tag später hat es sich gedreht. Weiß man niemals, ob das jetzt deswegen war oder hätte es sich vielleicht auch ohne den Kopfstand gedreht. Und deswegen werden diese Gerüchte oder diese kleinen Hausmittelchen auch immer kursieren und werden immer angewandt. Und es wird auch immer in irgendwelchen Mamaforen stehen, ja, ihr müsst das machen, Moxen ist das Beste. Taschenlampe am besten noch in die Scheide reinhalten. Damit hat es bei mir geklappt, deswegen klappt es bei euch bestimmt auch. Also es wird es immer geben, ist auch eigentlich Taschenlampe in die Scheide jetzt vielleicht nicht, aber sonst ist alles relativ ungefährlich. Deswegen macht es gerne alle. Und wenn es geholfen hat und man nicht weiß, was, ist auch in Ordnung. Unterm Strich ist aber, und du hast es ja selber jetzt am eigenen Leib erfahren, ist es egal. Also man kann dann auch nicht zu 100% sagen, dass das Kind mit den Hausmittelchen, die man so zu Hause hat oder zu Hause machen kann, dann auch dreht. Unterm Strich sind die jetzt schon ziemlich dickköpfig, diese Kinder. Ja, ich sag mir auch, wenn die äußere Drehung nicht klappt, dann heißt das auch nicht automatisch, dass man den Kaiserschnitt machen muss. Ich möchte nämlich eigentlich wirklich gerne eine sanfte, natürliche Geburt. Und ich denke halt, wenn es mit dem Kopf unten liegt, ist das für mich und das Kind eher möglich, weil man halt auch nicht so viel Oxytocin gespritzt bekommt, so wie ich das verstanden habe. Und weil man auch nicht von Anfang an gleichen Zugang bekommt, weil halt mit dem Kopf voraus ist es auch ein bisschen besser flutscht. Aber es geht ja auch um eine Steißgeburt. Und mich würde nochmal, oder ich denke auch deine Zuschauer würde es auch mal interessieren, wenn du nochmal kurz erklärst, wie denn so eine Steißgeburt abläuft und dass das auch durchaus machbar ist. Und ja, vielleicht auch deine Erfahrungen damit? Definitiv. Und das ist auch das, was ich immer wieder predige. Eine Beckenendlage heißt jetzt nicht gleich, dass man unbedingt davor einen OP-Termin ausmachen sollte, sondern Beckenendlagegeburten gibt es und es gibt sogar Zentren, die darauf spezialisiert ist. Die machen Tag ein, Tag aus nichts anderes. Die gucken sich vorher ganz genau das Kind an, wie liegt es. Ist der Puppo nur unten, ist da noch ein Bein mit dabei? Da gibt es ganz spezielle Voraussetzungen, die ich auch in meinem Beckenendlagen-Video eben erkläre, wie so ein Kind zu liegen hat, damit das überhaupt funktionieren kann. Und dann ist das eine wunderschöne Geburt. Es gibt, wie gesagt, diese Voraussetzungen, die müssen erfüllt sein. Alles andere führt dann doch zum Kaiserschnitt. Aber wenn alles in Ordnung ist und die Frau sich dafür bereit fühlt. Das heißt, man muss sich auch ein bisschen darauf einstellen. Denn Angst ist immer ein schlechter Begleiter bei einer Geburt. Wenn man da schon vorher mit so ein bisschen Panik rangeht und sagt, ich gucke mal, was passiert, aber richtig so davon überzeugt bin ich nicht, sondern muss eigentlich dazu stehen. Auch wir hätten das probiert. Ich mit meiner Frau hätte gesagt, gut, wenn es jetzt in der Beckenendlage bleibt, dann versuchen wir es auf jeden Fall auf einem normalen Wege. Und da muss man sich eben auch in gewisser Maßen frei von machen. Aber es sind wunderschöne Geburten, bei denen man tatsächlich fast auch gar nichts groß machen muss. Meistens ist die Frau im Vierfüßler. Das heißt, wenn das Kind dann auf die Welt kommt, dann sitzt es so wie so ein kleiner Buddha dann schon da auf dem Boden oder auf dem Kreisbett, je nachdem, wo man eben gerade war. Und man muss tatsächlich, unser Chef der Geburtshilfe sagt immer, fast gar nicht da irgendwie eingreifen als Arzt oder Hebamme, sondern einfach die Frau machen lassen. Es ist möglich. Es sind wunderschöne Geburten. Sie sind auch in guten Zentren, wo das oft gemacht wird, risikoarm. Das heißt, man muss jetzt nicht gleich in Panik verfallen, weil man jetzt den Kaiserschnitt braucht, nur weil das Kind in der Beckenendlage liegt. Aber, und das ist der wichtigste Punkt an der ganzen Geschichte, so wie du es auch sagst, du hättest dir das gewünscht und du hättest das auch angegangen. So muss man denken. Aber es hat keinen Sinn, wenn man da irgendwie mit Bammel und mit Panik schon an die Sache rangeht. Das geht meistens dann in die Hose. Man braucht dann doch einen Kaiserschnitt Untergeburt, weil man sich dann doch nicht so frei machen kann. Vielen lieben Dank und ich freue mich schon auf das nächste Video von dir und vielleicht auch mit uns zusammen. Tschüss! Vielen, vielen Dank für das Teilen auch deiner Ängste und Sorgen. Oftmals ist es ja so, dass man sich gar nicht traut, irgendwie Angst zu haben oder sich Sorgen irgendwie auszutauschen. Aber deswegen liebe ich diese Klartext-Videos auch. Das sind ja die Fragen, die euch bewegen da draußen und ich kann ja immer nur mutmaßen und sagen, ja, das könnte ein Thema sein, das könnte ein Thema sein. Aber wenn ich so face-to-face die Fragen bekomme und die Sorgen geteilt bekomme, ist das für mich einfach super Gold wert und hoffe, mit dem Video haben wir so ein paar Fragen auch geklärt. Schaut unbedingt auch mal bei der Christine vorbei auf dem YouTube-Kanal. Ich habe auch mit ihr schon mal ein Video auf ihrem Kanal gemacht. Das heißt, wir sind jetzt hier richtige Buddies, was die YouTube-Kooperation angeht. Aber es ist eben auch total schön, wenn sich solche Themen von Influencern auf einmal überschneiden und man zusammenfindet. Deswegen liebe ich das einfach, Klartext-Videos mit anderen YouTubern zu machen, mit anderen Instagrammern zu machen. Also, wenn ihr da jemanden habt, der vielleicht in Frage käme mit einer speziellen Thematik, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Die Leute sollen mir schreiben, ist mir ganz egal. Ich mache das super, super gerne. Zum Thema Beckenendlage und Klartext ist, glaube ich, so fast alles gesagt. Schaut euch auch gerne nochmal dieses Beckenendlagen-medizinische Video an von mir, wo man einfach so ein bisschen die Basics erklärt bekommt, wie so ein Kind einfach auch in eine Beckenendlage rutscht und warum und weshalb und wie man da wieder rauskommt. Also, es ist alles erstmal kein großes Drama. So ein Kind kann sich auch von alleine bis in späte Wochen einfach von selbst drehen. Das muss man auch dazu sagen. Jetzt nicht in der 20. Woche direkt in totale Panik verfallen, weil die Frauenärztin hat gesagt, dass das Kind jetzt mit dem Popo da unten ist und überhaupt nicht in Panik verfallen. Das ist halt so und es gibt Lösungen und es gibt für jede Art von Beckenendlage eben auch eine Lösung. Wenn es der Kaiserschnitt ist, dann ist es halt der Kaiserschnitt. Wenn du sagst, ich möchte es spontan probieren, dann ist das super. Dann probiere es auf jeden Fall spontan. Wenn die äußere Wendung für dich in Frage kommt, dann mach auch das. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie ihr dieses kleine Problemchen, was überhaupt keins ist, eben lösen könnt. In dem Sinne hoffe ich, dieses Video hat euch gefallen. Ich muss wieder öfter Klartext-Videos machen. Das ist mir jetzt aufgefallen. Das macht mir extrem viel Spaß, einfach mal frei rauszureden. Abonniert natürlich diesen Kanal und den Kanal von Christine Niedler. Das ist auf jeden Fall etwas sehr, sehr Sehenswertes. Nicht nur qualitativ, sondern auch vom Inhalt her etwas, was ich nur unterstützen kann. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Video wieder? Ich habe nicht getrunken. Es ist einfach... Ich habe sehr viel gesprochen heute. Bis dann und ciao. Ich habe nicht getrunken. Ich habe nicht getrunken. Ich habe nicht getrunken.